Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Hack-Opening und zwar werden wir einfach mal wieder eine Animation-Show lang ein Hack-Opening machen und du gibst mir jetzt erst mal ich fang jetzt erst mal und zwar werden wir jetzt mal anfangen mit den Comments, aber wir machen es nicht einzeln wir werden das jetzt NEIN! nicht schon wieder gelig! doch 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 mach das doch wenigstens so doch ich hab gar keinen Bock gemacht das sind 29 Dinge so das ist doch, geht doch schnell so gewünscht bitte fang mal an mit Peter Kopter das geht schnell Peter Kopter 1 Rare Cube Restaurant Englisch-Kurs 20 Mäuse Football Team Franzine Krötenlecken 2 Rare Kolon Wo bleibt die Franzine Frank gleich? Schule Propane Propane und gewünschte Splitter was gutes haben wir schon 2 Rare und 2 gewünschte Splitter Lottogewinner Lottogewinner Also ich glaub 4 gewünscht nur an Wo stehen wir denn überhaupt? Keine Ahnung Rote Ford Truck und nochmal 10 Manitoba Zigaretten Cigaretts Manitoba Cigaretts Baby Sport und nochmal gewünscht Splitter Was ist denn los? Du saugst dich wieder an der Flasche fest Nein Die ist nicht zum Nuckeln da Boah, leif sein Leif sein Ah ja, aber das macht dann immer so Fump Fump Dafür kann ich aber nichts Doch, das passiert dann, wenn man sich an der Flasche festsaugt Mach ich doch gar nichts Sonst würdest du nicht Fump machen Ja, und jetzt hat's nicht Fump gemacht Fump, was ist das aber für ein Geräusch? Fump Das ist Fum Fump Dafür nur, weil das Wasser unten aufgestellt ist Fump So Ähm, gewünscht Blitter und rote Ford Truck Wie weit sind wir denn jetzt überhaupt? Wie viele haben wir? Drei Pakete haben wir jetzt inzwischen geholt Drei Ganze drei Packete So, jetzt gucken wir mal Ja, das reicht Das reicht, du hast 20 geöffnet Genau Sind genau 20, glaube ich 20, ja Was bei 29.000 angefangen hat So, dann fangen wir jetzt an hier mit Den Ich, ich Nein, 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 wir machen hier um Okay, ich Ich, ich Attacke Da reichst du nicht mal Das ist ja egal Aber dafür kann ich hier 2 2 2 Phänomenale Steine aufmachen Warum du? Nein, ich will gucken Ich will Boomhauer Toll Boomhauer Juhu 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 Ach ne, das wollte ich jetzt gar nicht machen Okay, also das war es jetzt erstmal von diesem Nein, wir gehen noch kurz in den Account Wir gehen jetzt von diesem Pack Opening hier von dem Account Und dann gehen wir nochmal in Gille 1 In meinen ersten Account Ryan In den schlechten In den schlechten Account Du bist so gemein zu mir, ich weiß überhaupt nicht warum, was ich, was ich dir getan habe Weißt du, was du mir getan hast? Ja, was denn? Du bist einfach der Gleich Du bist einfach das Gegenteil von mir Ich bin der ja sofort Du bist der Gleich Und der Gleich Und Gleich Und Gleiches Die Gleichen Die Gleichen sich immer Die Gleiche Ich mach gut Jetzt will ich erstmal Nein, nein, nein Bei dem Diesmal Diesmal mache ich aber 40 am Stück auf Jaaa Ist doch cool Diesmal mache ich 40 am Stück auf Geht doch Herr Gleich lernt das vor Nein, was heißt Land dazu? Ich bin der Meinung, dass das Einzelne trotzdem mehr bringt Glaube ich Weiß ich nicht Wir müssen das jetzt einfach mal beobachten Nein, nein Ich mach Hä? Ich hab aus dem 30k Hab ich Bänder gezogen Bänder Bänder Das ist übrigens 55 Chancen Aber Habe ich schon Bänder Dann Drück drauf Dann drück du drauf Ja Dann drück du drauf Kommt wie deine Francine oder so Wie sie Komm Ich würd's dir wünschen Ich hoffe dass ich jetzt nicht auch Kostüm Hank Guck mal wie viel jetzt rauskommt Teddyis Bruschi Ist es jetzt Alkohol ein gewöhnlicher Splitter, ein Seidenöpfchen, Pyjama, ein Kostüm, ein Dr. Seidberg, noch ein gewöhnlicher Splitter, das sind zwei, ein dritter, also ich habe, wenn ich es einzeln aufgemacht habe, habe ich bei 40 ungefähr 10 Stück gehabt, 10 Rares. Ja, plus noch die ganzen gewöhnlichen Splitter, einmal 7 und einmal 11 sogar hatte ich, glaube ich, dann gucken wir mal, wie viel jetzt rauskommt. Bei Rares kommen da immer ganz viele raus, also wenn du so lang, wenn du so große Zahlen hast. Nein, ich glaube nicht, dass ich jetzt hier... Ich glaube, ich habe aus 4K, habe ich 3 gezogen. Ja, aus 4K habe ich 3 Stück Rares gezogen. So, jetzt gucken wir mal, eine, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf... Ja, eben. Ein Tier Arnie und ein Stan. Also, ich weiß nicht, ob das wirklich jetzt einen echten großen Unterschied macht. Also, wir werden das immer mal mischen, wir werden immer mal gucken, wie was... Ja, ich mache jetzt supererwegter drauf. So, jetzt habe ich auch ein Stan gezogen, jetzt machen wir erstmal als allererstes da unten... Ja, die Stones, die mache ich jetzt bitte mal auf. Darf ich sie jetzt mal aufmachen? Ich mache jetzt erstmal hier unten den, den phänomenalen Stein auf. Schutzanzüge. Oh, das läuft doch wieder perfekt. Es kommt wieder die Francine. So, jetzt, jetzt, ich, 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 super epic. Super epic. So, wir ziehen dir wieder in der Book of Spells oder sowas. Weil das wäre ja geil. Eben. Brian und phänomenale Splitter. Na ja, gut. Phänomenale Splitter sind gut. Freue ich mich. Habe ich dir auf jeden Fall nicht gewünscht. Ich habe dir eigentlich, ich habe dir eigentlich nur die gewünscht. Jetzt mal wirklich. So. Aber ich sage ja, wie gesagt, äh, da kann ich wieder ein bisschen was recyceln und kann auch wieder ein paar, paar Karten aufleveln. Damit bin ich eigentlich ganz zufrieden. Also, dann lasst, äh, wenn es euch gefallen, lasst mir mal ein Like da, schreibt uns in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet es nächstes Mal wieder ein. Wenn es wieder heißt, Animations Rude und wir nehmen euch gleich. Macht's gut, bis dann und tschüss. So, jetzt will ich noch ein neues Spiel machen. Dann. Dann. Dann.